Ich schaff das alles nicht alleine. Sie braucht dich doch und ich brauche dich auch. Hör doch zu... Frau Hauser, Ihre Tochter ist ja nicht zum ersten Mal bei uns. Ja, ohne Annas Kooperation sind wir machtlos. Ich möchte Sie sehen. Ja, bitte. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir heute? Anna. Kann ich heute nach Hause? Ja. Anna, du musst deine Medikamente nehmen. Du. Anna, es braucht Zeit, bis wir das Medikament eingestellt haben. Anna, warum nimmst du deine Medikamente nicht? Wenn es mir dann nicht gut geht. Dann, du musst dir das Medikament eingestellt haben. Dann, du musst dir das Medikament eingestellt haben.